Mein Name ist Frank Stäbler. Ich bin dreifacher Weltmeister im Ringen. Das sind drei unterschiedlichen Gewichtsklassen und halte Stand heute somit einen Weltrekord. Wir sind bei mir zu Hause in meinem Paradies mit meiner Familie und hallo zusammen. Ein klassischer Tag ist, dass ich in der Woche zwischen zehn und zwölf harte Einheiten im Kraftbereich oder auf der Matte vollbracht habe. Mittags war ich meistens so tot, dass ich noch Mittagsschlaf einbauen musste, um dann wieder für die Nachmittagseinheit fit zu sein. Abends waren dann noch meistens Behandlungen, Physiotherapie, um den Körper wieder auf Vordermann zu bringen. Dann noch schnell abgetaucht, den Körper runtergebracht, um am nächsten Morgen wieder fit zu sein. Jetzt gerade vor den Olympischen Spielen ging meine Schulter elf Monate davor kaputt. Ich habe eine Torsi-3-Verletzung, ein bisschen die Bänder abgerissen an der Schulter und für eine Operation war es zu spät. Somit durfte ich lernen, mit Schmerzen klarzukommen und natürlich sehr, sehr viel gearbeitet mit meinen Ärzten und meinen Physiotherapeuten, um das wieder irgendwie zu stabilisieren. Genauso wie der Rest vom Körper. Mit 32 war man nicht mehr der Jüngste. Oft wusste ich morgens nicht mehr, wie ich meine Socken anziehen soll, weil der Rücken so zu war. Mit diesem Problem habe ich mich, sag ich mal, durch das letzte Jahr meiner Karriere durchquälen müssen. Die Regeneration ist elementar im Leistungssport. Vor allem, wenn man nicht mehr Anfang 20 ist, sondern Anfang 30. Und deswegen war der Whirlpool elementar wichtig für mich geworden, weil ich einfach viel schneller regeneriert habe. Einfach mal auch nach dem Training abends aufklappen, reinspringen, 20 Minuten, 30 Minuten runterkommen, mal einfach den Körper zu entspannen. Und gerade auch mit diesen Massagendüsen dann, wenn man die gezielt eingesetzt hat, hat es einfach auch was gebracht und es war richtig cool. Aus der Sicht eines Leistungssportlers, eines Spitzensportlers, sportartübergreifend, kann ich zu 100 Prozent das nur empfehlen. Weil, wie gesagt, nicht nur, dass der Körper runterkommt und ich das Gefühl hatte, auch durch die Massagebereiche viel schneller zu regenerieren. Für mich war fast noch wichtiger der mentale Faktor. Wirklich nach einem harten Tag, wenn man abends nach Hause kommt und kaum mehr seine Sporttasche tragen kann, dann einfach alles hinschmeißen, in den Whirlpool reinkleiden und sich einfach nur entspannen. Und diesen Faktor hat man normalerweise nur, wenn man einen großen Aufwand hat, weit weg fährt, in ein Thermalbad geht oder sonst wo. Und da hat man nie die Zeit in dem Bereich. Und das hat man zu Hause. Das ist ein Thermalbad zu Hause, habe ich immer gesagt. Und das ist ein ganz, ganz großer Faktor gewesen. Und das natürlich dann noch ergänzend mit Familie, für Kinder im Paradies, für Freunde. Einfach nur toll. Am Ende, gerade die Monate vor Olympia, das wäre doch ein Traum, wenn ich jetzt wirklich den eigenen Whirlpool nutzen könnte. Und dachte, weißt du was, das mache ich. Warum warten? Das will ich noch vor Olympia, um das letzte Prozent vielleicht nochmal rauszukitzeln. Und habe mich dann schlau gemacht. Was ist denn so auf dem Markt? Bin dann auf VivoSpa gestoßen, habe dann sie kontaktiert und er hat ziemlich schnell, hat die Sympathie gepasst und haben mir dann auch klargemacht, wie wichtig das in Verbindung mit der Regenerations, mit dem Regenerationsfaktor ist. Und dann haben wir sogar eine Kooperation geschlossen, eine Win-Win-Situation. Und kurz danach stand mein VivoSpa wird wohl hier. Und ich habe ihn täglich genutzt, um wirklich Geist und Körper wieder in Einklang zu bringen und den harten Weg, gerade bis in den Olympischen Spielen, dann ein bisschen auch den Wohlfühlfaktor beizubehalten. Zusammengefasst für mich der perfekte Begleiter, egal ob vor Olympia, jetzt nach Olympia, es passt einfach. Ein Traum.